Woche 51 Bhakti Bhakti bedeutet, sich dem Unbekannten und Ungewohnten anheim zu stellen. Es ist ein diskontinuierliches Leben, das heißt Überraschung. Der letzte Augenblick ist immer schon gestorben, wenn man ihn erlebt, nie wieder zurückschaut oder sich abstützt auf das, was gewesen ist. Das Ungewohnte beschreibt die immer neue, sprudelnde und überraschende Frische. Bhakti beinhaltet die Eigenschaften dessen, auf die sie gerichtet ist. Sri Krishna Bhakti ist die natürliche Funktion einer jeden Seele, in Klammer Svabhavik Vriti, und nicht ein Zweig einer indischen Tradition. Das ist ganz wesentlich zu verstehen. Niemand kann also zum Bhakti-Yoga hin konvertieren, da es die zu Ende gedachte Sehnsucht einer jeden Seele darstellt. Um diese Perspektive klar vor sich zu behalten, ist es immer auch wichtig, Bhakti aus dem gesamten hinduistischen Kontext heraus zu sondieren, damit man sich nicht im Sumpf von kulturell entstandener Folklore bewegt. Der Ruf der Seele verlangt nach einem Weg effektiver Innenschau. So wie Flüsse in den Bergen geboren, von allen Seiten her ins Meer fließen, so fließt jede Art der Sehnsucht, jede Verehrung, jede Regung nach Liebe immer zu Krishna hin. In der Unbewusstheit dessen, wenn die Verehrung also noch indirekt bleibt, wird jede Liebesregung, die sich im Endlosvorläufigen verstreut, noch immer bindend. Die Morgenröte der Erkenntnis dieses Verses löst eine ungeheure Beschleunigung aus, da man die Hingabe zu Krishna als einzige Wesensaufgabe versteht. Das, was man im Sanskrit als Shraddha in Klammer Urvertrauen bezeichnet, ist nicht das Festhalten und für Wahrhalten einer Doktrin. Leere Gebäude sind nur für Menschen, die sich auf der mentalen Ebene bewegen wollen und weit entfernt sind von der Frucht der Innenschau, nämlich der greifbaren Verwirklichung. Wenn sich durch die aufrichtige Suche einer Seele die Gnadenkraft zu kondensieren beginnt, besteht ihre erste Wirkung in einem erkannten kleinen Funken von Shraddha. unerschütterlichem Vertrauen. Dieses bewirkt endlosen und freudvollen Seva zu Krishna und vertieft die eigene Wahrnehmung, dass es keine Errungenschaft gibt, im gesamten Universum, welche einem wertvoll erscheinen könnte, als dieser Liebesdienst. Dieses Grundvertrauen ist die natürliche Tendenz, ununserbrochen und spontan hingewandt zu sein, zu motivlosen Gottdienern, gänzlich unabhängig von konfessionellen Festlegungen. Unsere natürliche Veranlagung ist der Dienst zu Radha Krishna. Wenn die Aufmerksamkeit künstlich und mit großem Aufwand davon abgewendet wird, beginnt man, die äußere Welt erst wahrzunehmen. Die Liebeshaltung zu Gott vernebelt sich und zeigt sich nun als Haltung einen Anspruch auf den Bereich des Schattens, in Klammer die materielle Welt, zu haben. Der Akt, sich selber als Herr, Kontrollierer und Genießer der äußeren Welt darzustellen, ist ein tiefes Missverständnis. Die Unwissenheitskraft Gottes schenkt einem die Möglichkeit, der Wiedergeburten um Missinterpretationen der Welt und sich selber, die der eigenen Überhebung entsprungen sind, zu bereinigen. Sobald dieser, allem zugrunde liegende Antrieb für Bhakti, wiederentdeckt wird und die unnötigen Anstrengungen der Unterdrückung derer eingestellt wird, verlieren die fluktuierenden Zustände der Außenwelt augenblicklich ihre Substanzhaftigkeit. Die Wirkungskraft der Bhakti gehört nicht inhärent zur Seele. Sie ist Radhas Gnadenstrahl. Das heißt, man kann sie nicht in sich entdecken, wenn man alle Schichten der Bedeckung abgelegt hätte. Wenn durch Gnade Krishnas Intervention zur Seele hin diese Kraft die Seele berührt, wird sie erst fähig, die Wirklichkeit Gottes zu ermessen. Die Aspekte von Bhakti, wie zum Beispiel das Anrufen von Radha Krishnas Namen, werden deshalb nicht selbst gemacht, sondern immer nur erfleht. Wenn durch dieses intensive Flehen die Gnade in Gestalt von Bhakti die Seele berührt, ergibt sich daraus eine ungeplante Reaktion in der Seele. Sie beginnt ganz natürlicherweise ohne jegliche Willensanstrengung über Radha Krishnas zu hören, über sie zu singen und sich in sie zu absorbieren. Bevor man von Bhakti wirklich berührt ist, mag man das Gleiche ebenfalls tun. Doch dann ist es nur Ausdruck unseres Flehens. Bis man den inneren Zustand von Sakshitva, in Klammer Zeugenbewusstsein, erlangt, versteht man nicht, dass alle eigenen Bemühungen, Krishna zu erfreuen, in Klammer über ihn zu hören, über ihn zu sprechen und seinen Namen anzurufen und sich an ihn zu erinnern, bereits eine Manifestation von Krishnas eigener innerer Kraft, Bhakti, darstellen. In den Upanishaden heißt es, Rasovai sah, dass Gott in seinem letztlichen Aspekt keine Aufgaben hat, in Klammer Bhagavad Gita 3.22, Gott ist nicht ein kosmischer Polizist, der als Aufpasser fungieren muss, sondern die Entität, welche die höchste Freude genießt, liebevollen Austausch. Wenn Sri Krishna nun die ihm eigene, faszinierende und berauschende Freudenkraft genießt, nennt man diese Freude Svarub-Ananda, seine ihm inhärent existierende Freude. Aber Krishna kostet seine Glückseligkeitskraft ungemein viel mehr, wenn sie über die Herzen der Bhaktas auf ihn zurückreflektiert wird. Die Geweihten tragen in sich einen leidenschaftlichen Wunsch des Dienens, gemäß ihren eigenen Stai-Bhav, der ewigen Identität als Seele, welche in eine einzigartige Beziehung zu ihm einmündet. Nun vermischt sich die Ladini-Shakti, die Bhakti-Kraft, mit den Stimmungen im Herzen der Geweihten, in Klammer Stai-Bhav, und erzeugt unendliche Vielfältigkeit im Liebesaustausch, in Klammer Vay-Chitri, welche Krishna immer und immer wieder neu zu betören vermögen. Wenn Gottes Glückseligkeitskraft aus ihm herausstrahlt und ins Herz einer Seele eindringt, das heißt, wenn die Glückseligkeit von Gottes ewiger Gestalt die Seele berührt und anrührt, dann nennt man diese geschenkte Gnadenkraft Bhakti. Die Reaktion, die diese Kraft im Menschen auslöst, ist die spontane, ununterbrochene, Motiv- und bedingungslose Betätigung in Handlungen zur Erfreuung Gottes. Bhakti ist die Vriti-Funktion von der Ladini-Shakti, der Kraft, die Krishna-Freude schenkt. Diese Shakti offenbart sich in dieser Welt und den ersten feinen Kontakt in Tropfenform nennt man Shraddha. Ihre vollumfassende Gestalt ist Shrimati Radharani. Sie ist die kondensierte Form aller Liebe. In Klammer Priti Sandarva 65 Ladini-Shakti, welche durch eine individuelle Seele hindurch auf Krishna zurückgespiegelt wird, erweitert die Freude Krishnas, die er bereits in seinem eigenen Inneren hat. Jiva Goswami gibt dazu ein Beispiel. Mit dem Mund können wir einen bestimmten Bereich von Tönen pfeifen. Mit einer Flöte jedoch wird dieser Bereich ausgedehnt, so dass man viel höhere und viel tiefere Töne spielen kann. Dies ist der Grund, weshalb Krishna in der Gita 18.55 sagt, dass er durch Bhakti zu erreichen ist. ist der D D D D D Untertitelung des ZDF, 2020